Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab März 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 120 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.600 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.